Willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise einem neuen Let's Play angezockt, wie auch immer, von Rock of Ages 2. Ja, Bigger and Bolder, so heißt es. Ich werde dieses Spiel aber nicht alleine spielen, sondern ich werde das mit Felix vom Schwarzen Vakuum spielen, mit Draza und mit Heron. Viel Spaß! Wir haben nebenbei ziemlich viel Scheiße gemacht. Wenn ihr die Outtakes auch sehen wollt, dann wartet eben bis zum Ende. Viel Spaß! Also spielst du mit Heron zusammen? Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber... Ich auch nicht, aber Team 1 oder 2? Ich mach mal 1. Ich bin immer in 2 drin gewesen und hab's nicht geschafft. Jetzt mach ich einmal diesen 1. Team 1 ist das Siegerteam. So. Okay, also wir haben Sprengstoffe, Katapulte, Elefanten und die Hambossbullen. Genau. Und der Standardfelsblock. Felix ist noch nicht bereit. Ich? Doch. So. So, Draza, du Katapulte, ich Hambossbullen? Ja, alles klar. Siehst du, wo ich baue? Nein. Geh mal... Okay, ich seh's, ja. Ja. Aber die Katapulte haben nicht so eine hohe Reichsschleiter, du sollst nicht hinstellen. Ich Hambossbullen, du Katapulte. Ja? Na warte, ich baue die mal ein. Ich hätte die jetzt hierhin gebaut. Okay. Ups. Ja, ja, ja. Alles klar. Die anderen beiden bräunen's gerade. Ich bin hier gerade hochkonzentriert. Ich weiß gar nicht so genau. Aber... Da ist die Strecke, okay. Sie schießen die Katapulte übereinander? Die schießen über Objekte drüber. Also kann ich hier auch hintereinander stehen? Fest oder mit einem Feldabstand? Boah, Felix, wir haben uns aßen. Ja, ich weiß. Ich hab kein Gold mehr. Ich weiß, dass wir mehr... Ich hab noch massiv Gold. Moment. Und wir können die Karte ja von den beiden gar nicht angucken, fällt mir gerade auf. Ja, richtig so. Ich hab schon Katapulte gebaut an einer anderen Stelle. Ah, okay. Deswegen fehlen da jetzt vier Stück. Bekaufen, bekaufen. Nein, Spaß. Also es wird halt genug Kohle, dann kann ich vielleicht noch zwei mehr bauen. Das ist einfach böse. Das ist so süß. Vor allem, wir haben doppelt so viel Gold. Wieso habt ihr doppelt so viel Gold? Was? Naja, wenn wir immer alleine spielen, hab ich ja nur 4.000 und Traser ja auch nur 4.000 für sich. Achso, okay. So, wenn jetzt hat Traser 4.000 und ich auch 4.000, ne? Na ja. So, Aschein. Los geht's. Es wird gekullert. Felix, es wird das erste und das letzte Mal sein, dass wir zusammen in einem Team spielen. Hörst du mal bitte auf damit? Wir können uns hier gegenseitig umkullen am Anfang. Ich hab euer gefolge da umgegriffen. Ähm, Silke, du solltest rollen, statt uns mit Blitzen abzuschließen. Ja, aber kann ich erst, wenn es zäh ist? Da konnte ich sie nix machen. Was, deine Kugel ist noch nicht bereit? Warum? Wir sind alle gleich. Nee, 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 ich bin jetzt drin. Ja, aber gerade eben stand noch ganz leer. Was habt ihr denn hier mit dem Bullen gemacht, Alter? Ach du, ich weiß nicht, was du meinst. Erzähl mal. Ich auch nicht. Ich, 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 ich schleiche mich hier gerade einfach durch das Schneegehüft. Äh, Felix, ich hab, ich komm jetzt erst richtig zum Ziel. Ich hab ein paar andere Bullen weggeräumt. Super, ich hab schon. Ich räume dir gerade die Katapulte alle aus dem Weg, Silke, ne? Das ist gut, aber ich bin schon am Tor. Ach, du bist schon am Tor? Ja! Oh, scheiße, und hab daneben getroffen. Nein, das ist schlecht. Okay, ich, ich kuller mal lieber weiter. So, Felix, wie ist de planen? Ähm. Erstmal her und blitzwinken. Ja, ja, nee, einfach, einfach weiter Katapulte. Nein, 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 nein. Oh, das war jetzt peinlich. Ich baue Katapulte, baust du jetzt Ambus Bullen? Alles klar. Weil ich kann nur noch fünf weitere bauen. Und mehr Katapulte kann ich jetzt auch nicht setzen. Vorne dran oder hinten dran? Mehr in die Enge rein? Warte mal. Ja, in die Enge? Und davor vielleicht, äh, Zünderfasser? Dahin? Ich hab mal eins gesetzt. Ja, ja, ja. Irgend Böse? Ja. Es tut uns ja schon irgendwo leid, ne? Aber gut, im Moment, im Moment. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also von eurer Abwehr hab ich bisher noch nicht viel mitbekommen. Ja, weil Heron alle Blick gerollt hat. Das weiß ich nicht, aber viel abbekommen hab ich definitiv. Okay, jetzt hab ich keine Kohle mehr. Die tun. Ich kann auch nicht so viele Katapulte bauen. Wir hätten mehr zerstören müssen. Ja. Also ein bisschen was hab ich gemacht. Siehste, jetzt könnt ihr, aber ich kann noch nicht. Ich kann auch noch nicht. Ich mein, das kommt immer drauf an, wann wir halt fertig sind mit der, ne? Wann die Kugel halt im Ziel war und... Das war gut aus, Felix. Was ist denn da los, Felix? Ja, ich wurde hin und her geschubst. Aber ich bin, bin vorbei. Okay, ich zerstör jetzt mal hier ein bisschen was. Für meine Kohle. Ach, da komm ich nicht durch, scheiße. Aber ich, ich bin einfach durchgerollt. Ich mach jetzt auch, glaub ich, nicht so den besten Schaden. Hab schon einiges abbekommen. Ja, ich hab hier jetzt alles weg. Wuh! Okay, die, in der ersten Kurve zumindest. Ah, scheiß drauf. Dauert es zu lange. Obwohl der Amboss, die Ambossbullen gehen mir schon hart auf den Sack. Ja, mir auch gerade. Wunderbar. Ey, Mann, ich bin da beim ersten Mal so schön durchgekommen. Und an der Seite vorbei und alles. Da gab's noch keine Hinterdüse mehr. Alter, wie viel Sprengstoff habt ihr denn da jetzt hingesetzt? Ich seh das Ziel, ich seh das. Nein! Wieso bin ich im Wasser? Hä? Weil die Eisschollen einpreschen. Ja, das sagt ihr mir jetzt. Ich bin eben auch durch die Mitte durch. Ich mach das jetzt anders. Ah, okay. Hä, wie komm ich da rüber? Da ist noch eine. Oh, was? Was? Yes! Ich hab das getroffen. Dein Ernst! Erzähl, wie machst du das jetzt nochmal? Okay, startest es dort nochmal. Okay, okay. Guter Plan, guter Plan soweit. Geh ich mit. Fühl ich. Fühl ich. So, wo ist er denn? Ja. Ah, da. Hä? So, ich roll auch schon wieder. Jetzt fällt er ins Wasser. Nein! Fleisch ist er kaputt. Ich bin kaputt. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Schade. Aber jetzt. Noch mal nicht. Noch ein, zweimal Blitz. Auf was? Da ist wohl etwas! Nein, ist er wieder ins Wasser gefallen. Nice, nice. Felix, was soll ich bauen? Ich mach jetzt mal her und kaputt. Ansonsten, ansonsten einfach wieder klarte Pulte? Ja. Oder Ambusbullen, wenn du noch kannst. Kann ich noch, ja. Nice. Da rollt er außen rum, der Sauhund. Was will ich denn jetzt kaputt machen? Unverschämt. Es ist unfassbar. Wer kommt da noch durch? Katapulte? Ich baue Katapulte. Aber guck mal, wir haben gar kein Leben mehr. Wir haben gar kein Leben mehr. Nee, nee, baue weiter Ombusbullen. Vielleicht auch weiter in der Mitte von dem Sprengstoff schon. Ja, 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 ja. Nice. Ich kann wieder rollen. Ich baue jetzt einfach. Ja, roll ansonsten. Ja, gerade dabei. Aber ich glaube, dass wir jetzt keinen großen Unterschied mehr machen. Vielleicht. Ach, die kommen so weit? Ich denke, die können so ein bisschen. Boom. Oh, da haben sie jetzt auch abwursen Pulte hingestellt. Ja? Auch an die Enge? Ja. Hab ich dich überholt, Felix? Nee, ich bin schon im Ziel. Ach so. Ach so, ich guck. Ja, das ist so ungewohnt. Oh, ich muss außen rumrollen. Wir sind jetzt in der Hale. Wasser. Oh Gott. Nicht ins Wasser. Du rollst. Oh, du hast aber auch schon Schaden gefressen. Aber das schaffst du. Ja, natürlich. Ja, nein. Sollen wir sie noch da hinfahren lassen? Das ist das erste Mal, dass die Giraffe... Oh, warte, kann ich dich da noch blitzingsen? Nee, leider nicht. Nein. Felix, sollen wir noch abwarten? Komm, wartet noch, bis ich da bin. Ja, ja, wartet, wartet ab, bis ihr da seid. Das ist in Ordnung. Okay. Ich würde wahrscheinlich eh nie hier ankommen. Wir machen jetzt die anderen beiden kaputt, weil die jetzt so posen wollen, ne? Oh, das war Wasser. Felix? Ja. Was machst du da? Ich bin jetzt kaputt. Wasser. Achso, du bist ja nochmal neu geholt. Nee, hä? Nee, ich war ja... Wurde jetzt erst fertig gebaut. Ich bin ja vorhin gerollt. Achso, okay. Ich war ja ein bisschen schneller, als du, weil du immer alle Sachen kaputt gemacht hast. Das stimmt. Okay, ich stehe Giraffe. Jo, und ich den nackten Mann. Alles klar, warte. So, jetzt. Was für nackte Mann? Oh, das tut mir leid. Wunderbar. Ups. Ich habe Punkte verloren. Jetzt bin ich traurig. Das ist jetzt Hürdenlauf, gell? Ja. Ich glaube, ja. Ja. Wenn ich es richtig eingestellt habe. Was ist denn das für ein Dude da hinten, der mit seinen Armen so rumwirbelt? Das sind Mühlen. Ey! Der hat einen Speed reingemacht. Das habe ich genau gesehen. Bitte was? Wer hat Speed eingeworfen? Oh, Scheiße. Keine macht den Drogen hier. Ich habe eben verstanden. Der hat eine Feedreibung gemacht. Was? Was? Ja, deswegen war ich auch ein bisschen irritiert. Oh, Scheiße. Jetzt weiß ich nicht. Ach. Oh ja, spring hoch. Danke. Wer führt gerade? Wer führt? Nein, alternative Strecke. Ich gehe wieder hoch. Warum? Felix, du hast Führungsverbot. Okay. Nein, wer war das? Als Großkönig, äh, oder was auch immer du gerade bist, ähm, führt man immer, ne, vorbildlich von hinten. Ja, ja. Boah, habt ihr das gesehen? Der, der Tim hat mich nach rechts weggedrängt, dass ich gegen den Fels, und dann ist der reingefahren. Also gerollt. Auch noch in Silke's Aufnahme, Tim. Ja. Ich weiß nicht, Tim. Um es verstehen. Was ich auch fast vertraubt. Frechheit, ja. Da zeigen sie ihr wahres Gesicht. Ja. Oh, au, au. Das ist Windmühlen manchmal, ne? Oh, ne. Jetzt kickt ihr mich dann nochmal zur Seite. Alle, alle sind nur am Schreien. Aua. Felix, hast du die Abkürzung genommen? Boah, Trazat. Ey, komm mal. Männer, ehrlich. Ja. Das schmeckt sich. Schlimm. Uh. Nein, 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 nein. Felix, Abkürzungsverbot, ne? Abkürzungsverbot, ne? Abkürzungsverbot, ne? Abkürzungsverbot, ne? Ja, genau. Ich weiß gar nicht, was daran falsch ist. Den nächsten Tag habe ich auch nicht mehr mit Tastatur schreit. Doch, mit inventierter Tastatur. Oder Controller mit den Füßen. Ne, Tastatur ist im Ort, wenn du mit dem Maus wegbleiben. Wollt, jetzt hab ich Kopfkino. Geron, äh, Tim, hörst du mal wieder auf? Halt mal kurz an, warte mal. Nein! Boah, jetzt. Hat der Dreckstag jetzt einfach vom Tor gewartet. Wow. Ich bin ja nicht selber reingeräumt. Jungs, es ist meine Aufnahme. Ich hab nicht mal einmal einen Punkt bekommen. Oh je. Ich hab auch nur einen halben Punkt. Ich kümmere mich jetzt um Felix. Felix, du kümmerst dich um den anderen Tim. Ja, ja. Scheiße. Ah! Nein! Eigenes Versagen. Uiuiuiuiui. Aha. Wenn ich euch übrigens die Ohren zu... Ach, nein! Nein! Was? Ihr könnt da unten langfahren. Hat euch diese Mühle jetzt gegen mich verschworen? Willst du mich... Also, nee. Könntet ihr mal Silke wenigstens gewinnen lassen? Dieser Wall! Seit wann drehen sich die Wallen um? Seid schon immer, ich bin runter. Uuuh, nein, 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 nein. Bist runtergefallen. So, so. Wie meinst, seh ich euren Namen noch? Ah! Schätze! Felix, geh weg da! Ich hab den Elefantenblatt gemacht. War das richtig? Boah! Boah, diese blöde Windmühle hier! So, jetzt aber. Wie kann ich irgendwie... Nein! Oh, was war das? Der Wall. Ja. Woher weißt du das? Weil ich dir gerade zuguck. Nicht rein! Oh Mann, ich kann nicht mehr hochrollen hier. Und dann knall ich gegen euch, wenn... Ja, ich hab's doch voll aus eigenem Antrieb gefunden. Ja, super. Aber du als zweites... Was? 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 Draser? Was? Was denn? Das war kein Team-Team-Wenn-Move. So, jetzt geht's hier um alles. Jetzt geht's um die Wurst. Das ist mir Wurst, die Wurst. Aber egal. Nein! Dieses dämliche Wallviech hier, ne? Da war ne Windmühle auch zwischen. Könntet ihr mal bitte auch hören, die Abkürzungen zu nutzen? Nein! Was? Das ist keiner hier. Oh, dann lächst du fallen. Nein, ich hab grad nur so dreckig gelacht, weil ich Drasar, glaube ich, runtergeworfen habe. Sag mal. Schon wieder kommt der hier angeschlichen von hinten und dann überholt der mich mit dem Tempo. Das ist schon nicht mehr schön, ne? Aua! 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 So, wie ist das jetzt? Warten wir jetzt vom Ziel? Oder warum habt ihr euch eben alle über mich beschwert? Silke muss jetzt hier kommen. Okay. Nein! Scheiße! Sie braucht den Stern. Nicht mich anschubsen. Nein. Nicht mich anschubsen. Oh Mann, werde ich wenigstens da drin bleiben. Nicht mich anschubsen. Nicht mich anschubsen. Nicht mich anschubsen. Ich schubs euch alle an. Wer war jetzt der zweite Verdammt? Nein! Oh Gott. Achso, wieso habe ich jetzt den ganzen Stern bekommen? Ja, weil du jetzt gewonnen hast. Weil du der erste warst. Ja, weil ich doch eben auch, oder nicht? Nein! Du warst jetzt eben als zweite Verdammt immer als erster Schiff. Wie ohne Abkürzung? Was jetzt? Moment. Wie ist jetzt der Plan? Keine Abkürzung. Aus der Säge, es geht da ab. Also, ob ich wüsste, wo hier eine Abkürzung ist. Nein! Oh, Herr. Das ist wie bei The Crew. Da heißt es auch, boah, ey, wirst du mich hier verarschen? Nein! Du Blödsinn! Hallo, Felix. Ach, Mann. So. Warum bezahle ich die Windmühle eigentlich, wenn sie... Oh, oh. Hier oben sieht es aber schön aus. Hier unten nicht so. Du bezahlst die Windmühle. So, es wäre schön, wenn ich jetzt um die erste Windmühle mal rumkomme. Und sagen... So, warten wir wieder, da wie ist der Plan? Okay. Was heißt wieder? Ich meine, ich liebe mir hier... Unheimlich... Krasse Kämpfe. Was? Rassenkämpfe? Ne, ich hab's gerade wirklich so verstanden. Was hast du gesagt? Unheimlich krasse Kämpfe, lieber. Ach, krasse Kämpfe. Nein! Das war die Abkürzung. Das hab ich doch schon wieder nicht gekriegt. Eiskalt, ja. Der Herrhorn. Oh, dieser Warne, der geht mir auf den Sack. Nein, nein! Oh, jetzt haben wir mich reingeschubst. Eiskalt, Herrhorn. Ich mach's klar. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wunderbar. Warum steht da ne Kuh? Warum steht da ne Kuh? Oh, vielleicht kann ich das auch nicht machen. Oh Gott. Genau. Total, verstanden sich zu gehen. In Silke's Aufnahme kommt ne Kuh aufs Podium. Das finde ich ja jetzt schon irgendwie ziemlich gemein. Oh, mir total ist mir läuft. Ja. Ich guck da doch so betröppelt, irgendwo. Da hab ich wieder was gelernt. Ich kann nicht mehr schlucken. Nicht sterben, Silke. Holland, warte noch nicht. Möchtest du noch abmoderieren? Ne, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ne, deshalb hab ich vollständig abmoderiert. Die Kuh gewinnt. Bitte, Damen. Wie, weh. So, also. Wer hat jetzt nicht aufgenommen? Dem. Dem. Der andere Tim. Ich bin heute verflucht, ne? Ja. Es tut mir leid. Bei mir fliegt der Monitor aus. Na gut. Kann ich jetzt. Ja, sind wir jetzt alle da? Ja. Ja, ähm, wie war das jetzt? Felix, äh, Pizza ist fertig, oder? Ja, ja, ne, mein Freund hat sich was in der Mikrowelle gemacht. Deshalb, kurz die Pause genutzt. Ja, war wohl nix, ne? Felix, wie sieht's mit der Mikrowelle aus? Die Mikrowelle ist fertig. Alles gut, die hat ja gepiechert, weil sie fertig war. Ja, aber ist das Essen auch schon warm? Oder war die Mikrowelle nur fertig? Denk ich auch schon warm. So, ich starte der Aufnahme. Ja, ich schätze auch. Vorbildlich. Du bist so leid. Ich hab... Oh. Die Arsch mit Nase, ehrlich. Wie machen wir die Team? Wie auch immer du möchtest. Jetzt kommen hier die Stream-Tracks, ne? Ja, 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 ja. Pass mal auf, pass mal auf. Ähm... Bereit, wenn ihr es seid? Überleg. Ich warte jetzt erst mal, bis die Silke wieder beruhigt hat. So, Silke, du kannst hier auf Anpassen drücken. Und wenn du hier auf Anpassen drückst, kannst du dein Profilbild auswählen und kannst deine Normen... Kann man eigentlich die Tränen aus meinem Auge machen? Vielleicht. Alles in Ordnung? Nein. Wunderbar. 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 Wunderbar.